Test 1, 2, 3 Jetzt funktioniert Game Audio wieder Ey Digga, was ist hier in Luft? Was zum Teufel? Was ist denn das jetzt? Ihr hört jetzt nichts? Oh Gott, ich muss ja Oh Gott, warum muss ich selber schwimmen? Aber ich höre doch was Oder höre ich jetzt nichts mehr? Jetzt höre ich auch Ey Ich will mir mit dem Messer in die Kehle schneiden zum Teufel Wir sind wieder zurück Bei einer weiteren Folge Ich habe richtig gute Laune inzwischen Weil es einfach nicht wahr ist Ich zocke auch gerade mit dem Kumpel Sons of the Forest Das Spiel ist so verbuggt Es macht einfach keinen Spaß mehr Also diesmal war ich nicht dran schuld Das erste Mal, dass das Dass der Bildschirm aus war Okay, war meine Schuld Auf einmal funktioniert auch die Game Audio nicht Digga Ich könnte hier gerade ein bisschen Ey, ich habe Ehrlich, mein Urlaub ist versaut Weil ich schon kein ETS 2 spielen kann Ja Ich hätte Ich wäre um die Welt gefahren Das hätte Deutschland nicht erlebt Ja, aber nee Ich werde hier Ich werde hier Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, es brennt! Achtung, es brennt! Achtung, es brennt! Achtung, es brennt! Achtung! Achtung, es brennt! Achtung, es brennt! Achtung, es brennt! Achtung! Achtung, es brennt! Achtung! Achtung, es brennt! 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 Achtung! 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 Hi. Shangri-La, der Tiger. Ziele auf einen Gegner und drücke RB, um ihn als Ziel zu markieren. Der Tiger wird dieses Tier angreifen, der Tiger kann Feinde wittern und wird dann für diese unsichtbar. Ziele auf einen Gegner. Nята. G dropped. Untertitelung des ZDF füracking und drückenbe article. Sie haben ganz gut ihn. Sie hat einen schönen Tag, aber sie haben ganz gut. Sie hat einen Händen. Sie hat einen Händen. Sie hat einen Händen. Sie hat eine Händen. Sie hat einen Händen. Ich bin schon ein Händen. Sie hat eine Händen. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Was ist das? Oh! Oh nein! Ah! 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 M-Mesa! Ya m-Mesa ya! Züşön! Nice! Das musste ich mal gerade als Screenshot speichern, das sah echt geil aus. Ah! 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 Was ist passiert? Zurück in der Welt der Lebenden! Ah! Wie kam ich hierher? Ah! Ah! Ich bin okay! Hey! Du kamst mit einem Tanker rein spaziert. Genau! Dann hast du ihn in den Rahmen hier gehängt und auf dem Boden ein Schläfchen gemacht. Ja. Du warst mit raus. Hast komisches Zeug gewobelt. Was war los? Ich weiß nicht, aber es ist echt abgedreht. War das Ding schon hier, als ihr herkommt? Oh! Das? Man sagte mir, es sei ein Gale-Familien-Erbstück. Schon seit vielen Generationen. Hab ich dir das noch nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Oh. Du wolltest doch die Kurzfassung. Genau! Und wir haben dich gebeten, uns ein paar Kräuter zu bringen, ja? Hast du welche gefunden? Ich hätte zu viel zu tun. Gut. Ist okay. Ja, ja, ja. Keine Sorge. Du, du... nächstes Mal. Aber wenn du an den Tanker vorbeikommst, denk bitte an uns. Okay. Gut. Wir gehen. Wir schicken jemanden her, der den Rest von unserem Krampel aufräumt, okay? Also gut. Tschüssi! 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 Nimm mal wiedersehen, ihr dreckigen Junkies. Die Ankunft des Beschützers. Mission. Accomplished. Joa. Das ist jetzt unser Zuhause, ne? Klein, bescheiden, aber fein und rein. Was für ein Verwalter bitte? Alter Verwalter oder was? Tach! Tach! Schön! Außenfassade. Upload. Rein, na? Wir haben das Geld. Wir haben doch die Kohle. Innenraum. Naja, wirklich viel besser sieht es jetzt auch nicht aus, wa? Morgen ich schon wieder Schwarzbrenner-Kit. Innenbeleuchtung, Köpter, Gartenkoppel, Baumdekoration. Innenbeleuchtung. Einen fetten Baum. Ja, Mann. Den lasse ich mir da hinpflanzen. Da haben wir extra mit, äh, 20 Schwertransportern hier... Oh Gott, jetzt hat er auf eurem Blätter bekommen. Was ist denn jetzt passiert? Koppel. Na, da können wir noch einen Schwarzbrenner-Kit gucken, ne? Ich sehe schon, wir brauchen noch einige Millionen. Ich danke dir. Das war's erstmal. Ja, doch. Sieht schon ein bisschen aufgeräumter aus hier. Ja, ja doch. Sieht schon ein bisschen aufgeräumter aus hier. Oh, ich hab nicht genug Geld, was... Ähm... Ähm... Ich wollte mal gerade gucken, dieses Bolzenschussgerät oder was das war. Es ist hier nicht, wa? Ne. Waffen. Flammenwerfer. GL. Ah, 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 ah. Seitenwaffen. Repetierarmbrust. Okay. Gut zu wissen. Oh, erstmal duschen hier nach den... Was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Ihr seid immer noch hier? Ihr sollt euch verpissen, alter! Was ist das denn hier? Nur... Ah... Zwei Glocken der Erleuchtung. Hmm... Mmm... Hmm... Hmm... Wo soll die sein? Wahrscheinlich hier... Ah, ich sehe schon 1, 2, okay. Fortschritt. Ähm, Shangri-La. Müssen wir insgesamt 4 finden. Aber ich sehe hier nur 2. 1, 2, 3. Hier ist noch 1. Dann machen wir das gleich, würde ich sagen. 1, 2, 3. Hier wäre auch noch was. Dann machen wir das zuerst. Ja. Aber in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich mich vor Ababschieben. Tschüss.